Wir sind dabei! Bin dabei! Los geht's! Ach komm schon. Da klingt mir das wahrscheinlich so gut einfacher. Aber die hab ich aber nicht mehr. Die Windwerk-Sektion bricht weg. Dieses Mal entkommt mir dieser von Berg nicht. Wir haben den Energie-Generator-Kern getroffen. Zu viel zur gereiften Haust. Geht alles, pumpt jeden Schuss, den ihr habt in die Fregatte. Kommt euer Spranget an alle, die Fregatte angreifen. Wir kümmern uns um das Villenschiff. Wow. Wie fliegt denn da noch was? Ah da, hier. Jetzt können sie langsam zerlegen. Mit auch Zeit. Ich bin Gunther van Berg. Ich bin unbesiegbar. Ach wirklich? Ja, man sieht's. Ich finde irgendwie krass, dass sie ein bisschen in Zeppelin gebraucht ist. Darum muss nämlich das Führerhäuser sein. Ich finde irgendwie krass, dass sie ein bisschen in Zeppelin gebraucht ist. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Ja, aber vielleicht kann ich ja irgendwie dann... Ja, kaum Chance. Langsam erreicht's dann aber. Langsam kann's dich zerlegen. Ja. 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 Er ist dich wohl für schlau, was? Irgendwie immer, wenn es noch Raketen geht. Kein guter Tag für mich und Brotholz. Bereiche dich an deinen Tod vor! Hey, da passiert irgendwas mit der Übermacht. Ja, sie zerlegt sich. Im Himmels Willen, sie keilt sich in 2! Mann, jetzt sind es 2! Ein Canberra verliert uns. Commodore Springle an alle Einheiten. Der Feind versucht uns in die Zange zu nehmen. Jäger, konzentrieren sie sich auf die Fagate, während wir uns mit der Agamemnon um das Hüllenschiff kümmern. Glauben sie im Ernst, sie können mich damit verletzen? Sie werden langsam lästig. Kommt schon Jungs, gemeinsam schaffen wir Canberra. Ihr verschwendet alle nur meine Zeit. Wir sind dabei. Ich bin dabei! Los geht's! Wir haben den Energiegenerator-Kern getroffen. So viel zur Gereibten auch. Geht alles! Pumpt jeden Schuss, den ihr habt in die Fregatte! Der Reader ist jetzt wahrscheinlich noch einfacher. Ich bin Gunther van Berg! Ich bin unbesiegbar! Ja, wirklich? Ihre Brücke steht in Schlamm! Nice! Sieht! Die Triebwerk-Sektion bricht weg! Dieses Mahlen kommt mir dieser van Berg nicht. Kommodore Springle hier! Oh, das Teil sinkt endlich! Wow! Ähm... Ihr seid nicht das letzte Mal auf Gunther van Berg getroffen! Hey! Ein Jäger startet von der Greifenrost! Hey Eisbären! Hier geblieben! Wird sie mal ordentlich abschmelzen! Tide! Erfreuen sie sich an ihrem jämmerlichen Sieg, solange sie es noch können! Ich sorge später dafür, dass sie gemeinsam mit ihren Freunden qualvoll sterben! Hier ist nichts los! Kommodore Springle an alle! Die Lage hat sich geändert! Wir können uns jetzt gegen das Hüllen-Schiff wehren! Alle Jäger-Informationen gehen! Ja, was sollt ihr denn machen? Was sollt ihr denn machen? Später! Später heißt später! Jetzt müssen sie sich um die neuen Bomber kümmern, die von Süden kommen! So fang! Magnus, komm zurück! Wir brauchen dich hier! Wir schauen! Wenn nicht erstes... Doch! Haben sie! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Noch ganz dünne Produktion! Da hinten lügt doch noch etwas! Reaktion! Reaktion erhalten! Raiketengorzungen sogar! Wahnsinn! Nein! Auch schon geht raus. Nein! Puh, gefällt dir. Hä? Jawoll. Wieder einer weniger. Oh, ich sollte wieder meine Missionszüge dranbleiben. Das ist noch so ein Bombo, verdammt. Magnus, Komodorus Kringor sagt, dass die Erzermänder nicht viel zu alleine schafft. Darf ich ihn davon bergherr? Der Schutz der Carthago und der Troja hat oberste Priorität. Folge ihm nicht. Der Schutz der Carthago und der Troja. Komm schon. Ach, verdammt. Und noch eine schnelle Reparatur. Ich bin ja froh, dass das mit dem Sagittarius hier zumindest wieder geht. Weil mit dem Bomber war das ja leicht kritisch und das hat mir gar nicht gefallen. Oh. Oh. Verdammt. Wo soll ich eigentlich hin? Bis später. Ich folge von Berg. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Viel Glück, Magnus. Bitte, pass auf dich auf. Ah, ja. Also jetzt ist doch was. Ich hab Geleitschutz. Ist ja cool. Magnus, wenn du bei der Carthago bist, übernimmt Captain Mullet das Kommando. Er hat da draußen das Sagen. Verstanden. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Viel Glück, Magnus. Sie nähern sich uns von Süden, genau wie eine Staffel DSG-Schütte. Können Sie ihn vielleicht von hinten angreifen? Aber mit dem größten Vergnügen bin ich schon auf dem Weg. Ja, ich habe eine Schmutz. Dämpfeiert uns die Räume? Ich sage mir doch mal ein bisschen. Loser! Oh, hier ist ein Bomber. Hei! Was hat ein Bomber. erklärt euch. Gut gemacht. tschüss Bomber schnappen Sie sich die DSD Schiffe wir müssen weiter zu unserem Hauptziel alles krall komm schon alle DSD Schiffe ausgeschaltet danke Tai, sehr gute Arbeit Kartago an alle Einheiten der Weg ins Zielgebiet ist breit aber bleiben Sie wachsam die DSD werden uns irgendwo auflauern irgendwo ist immer gut wenn sie am Tier sind alle Rädi-Munition aufsammeln Kartago an alle Einheiten wir leeren trotzdem auf Sie hüten Sie sich vor DSD Schiffen die wissen, dass wir kommen das ist egal, Zeit wir alle wissen, dass es Zeit für das große Finale ist oh 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 nicht schon wieder ha 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 wenn Sie der Tab mal ansehen nicht schon wieder oh mein Gott ja das weiß ich genau wie eine Stapel DSD Schiffe können Sie die vielleicht von hinten angreifen aber mit dem größten Vergnügen bin schon auf dem Weg zack alte Spanien zack freund oder feind? nicht feind na komm alter Spanien ok ach Gott schnappen Sie sich die DSD Schiffe wir müssen weiter unserem Hauptziel alle DSD Schiffe ausgeschaltet danke Tai sehr gute Arbeit Kartago an alle Einheiten der Weg ins Zielgebiet ist frei aber bleiben Sie wachsam die DSD werden uns irgendwo auflauern dann Nebel Kartago an alle Einheiten wir nähern uns dem Hauptziel küssen Sie sich vor DSD Schiffen die wissen dass wir kommen das ist egal Zeit wir alle wissen dass es Zeit für das große Finale ist diesmal hast du zu viel gewartet dann gehen wir mal ein anderes Mal verdammt ähm boah Glück gehabt jetzt nehme ich dich in die Mange wenn es einfach auf dem Finale ist ob es uns gefallen lassen ist au au diese RAM-Angriffe auch wenn sie jetzt ungeabsichtbar sind ist ja nicht auch so optimal das tat bestimmt weh ja ein Reparaturpunkt verdammt Captain Mullet an alle unsere Vermutungen waren korrekt die DSD verfügt über einen Controller nähern uns zum Angriff Männer jetzt wird es ernst ich glaube das wird dem Begriff ernst eine neue Bedeutung geben verdammt meine Sensoren spinnen das Ding ist unglaublich stark hier Captain Mullet der Controller trifft uns und wir können den Strahlen nicht ausweiten alle Mann auf Gefechtsstation Munition Captain passen sie auf ihr Schiffe auf diese Strahlen können einiges anrichten Kai zu eben ist unser Kommandosystem ausgefallen wir können die Geschütze nicht mehr steuern na klasse jetzt sind unsere Kanonen gegen uns Malet an Brothäuseinheiten unsere Geschütze sind außer Kontrolle da ist super wir Troja Karthago was zur Hölle treibt ihr da? sie schießen uns im Stück warum tut niemand was? wir Brenner von der Troja können die Sicherheit der Wissenschaftler nicht riskieren wir umkreuzen das Kampfgebiet hier Captain Mullet bestätige Ausweichmanöver Staffel Blau 2 und 3 zu Troja Teil sich bleibt bei uns ich hoffe die Troja schafft es würde zu gern wissen was der Doc vorhat nicht schon wieder das ist jetzt langsam nicht lustig das ist jetzt die letzte Mission Magnus wenn du bei der Katze Teil sie nähern sich uns von Süden genau wie eine Staffel DSG können sie die vielleicht von hinten angreifen aber mit dem größten Vergnügen bin schon auf dem Weg